...ein der Waldhof, der Waldhof, der Volkssitzes in Wohlen, Schildentwicklung, aber ich noch nicht. Ganz anders sehen das dagegen die Wissenschaftler an der britischen Universität in Deutschland. Dort haben ein Studium veröffentlicht, wie man uns aktuell in der britischen Hauptstadt vorgeht. Demnach sei der Beweis jetzt tatsächlich erwartet, ja, schön saufen, so nett. Vielen Dank. Vielen Dank.